In den letzten Jahren hat sich der Lebensraum der CC-Fliege durch die Klimaerwärmung stark vergrößert, aber bis sie in Deutschland eine neue Heimat findet, dauert es noch ein bisschen. Hoffentlich. Warum diese Fliegen so gefährlich sind und was sie für eine Krankheit übertragen, seht ihr jetzt. Die Schlafkrankheit, auch afrikanische Trypanosomiasis genannt, ist eine Tropenkrankheit, die von Parasiten ausgelöst wird. Dabei handelt es sich um einige Unterarten der Parasitenart Trypanosoma brukei. Auf den Menschen wird der Parasit über die CC-Fliegen übertragen. Ein einzelner Stich genügt und man ist ohne Behandlung dem Tod geweiht. Der Krankheitsverlauf lässt sich in drei Stadien aufteilen. Einige Wochen nach der Infektion treten Fieber, Schüttelfrost, Lymphknotenschwellung, Hautausschlag und Juckreiz ein. Weitere Symptome des ersten Stadiums sind Gliederschmerzen und Ödeme, also Gewebsschwellungen durch Einlagerung von Flüssigkeit. Nach einigen Monaten beginnt das zweite Stadium. Hier wird das Nervensystem angegriffen und die Symptome sind Verwirrtheit, Koordinations- und Schlafstörungen, Gewichtsverlust und Krampfanfälle. Dazu kommt auch noch Apathie. Das bedeutet, ihr werdet träge, interessiert euch für gar nichts mehr und seid einfach richtig teilnahmslos. Im dritten Stadium verfällt der Betroffene in einen schläfrigen Dämmerzustand, ähnlich wie ein Koma. Daher kommt auch der Name Schlafkrankheit. Der stark geschwächte Körper ist jetzt sehr anfällig für andere Infektionen und nach einigen Monaten oder Jahren endet die Schlafkrankheit tödlich. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt die Todesrate auf etwa 50.000 Todesfälle pro Jahr. Momentan leiden schätzungsweise eine halbe Million Menschen an der Schlafkrankheit. Jedes Jahr kommen ca. 30.000 Neuerkrankungen dazu. Wird die Krankheit im ersten Stadium korrekt behandelt, bestehen gute Heilungschancen. Die Behandlung erfolgt aber meistens nur mit starken Nebenwirkungen. Forscher haben inzwischen einen preiswerten Wirkstoff entwickeln können, der kaum Nebenwirkungen verursacht. Allerdings wurde er bisher nur an Mäusen getestet. Eine Impfung gegen die Schlafkrankheit ist noch nicht vorhanden. Der beste Schutz vor der Schlafkrankheit ist einfach Insektenstiche zu vermeiden. Das ist aber einfacher gesagt als getan, da die aggressiven CC-Fliegen jedes freie Stückchen Haut angreifen. Krebs zählt in Deutschland zur zweithäufigsten Todesursache bei Männern und Frauen. Jeder weiß, dass Krebs eine schlimme Krankheit ist, aber um was handelt es sich da genau? Gutartiger oder bösartiger Krebs? Wo liegt der Unterschied? Antworten auf diese Fragen findet ihr am nächsten The Simple Short. Einfach draufklicken! Wenn es euch gefallen hat, dann teilt dieses Video und gebt einen Daumen nach oben. Haut rein Leute, bis dann und ciao!